Dieses zu veräußernde Siebenzimmer-Einfamilienhaus steht in Schorfheide. Das im Jahr 1981 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über einen Balkon. Es hat eine Einbauküche. Das Gebäude verfügt über eine Zentralheizung beheizt. Von 21 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 150 Quadratmetern auf. Das Haus steht für 249.000 Euro zum Verkauf. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.